hallo liebe leute ich mag das video schon wieder auf deutsch weil ich will mich bei die ducati scrambler gruppe im facebook bedanken nicht nur weil sie mit dem gesamten unfall geholfen haben sondern auch weil sie mit den gesamten teilen für die reparatur des motorrads mir geholfen haben aber der wichtigste punkt ist sie haben mir mit meinem persönlichen ziel sie haben mich unterstützt um die kinder mit krebs in ecuador zu helfen wir haben in unserer treffen über 500 euro gesammelt das geld wurde schon an ecuador überwiesen und das war wundervoll ich habe eine überraschung für euch das video kommt aus ecuador buenas a todos les saludamos desde ecuador estamos justo la fundación cecilia riva de neira queremos agradecerles por sus donaciones justo aquí es donde estamos operando tenemos que familias de niños con cáncer que han tenido que quedarse en quito porque no pueden volver a sus ciudades ya que el transporte está parado por la pandemia tenemos a niños que han sido que siguen en sus tratamientos así que toda esa ayuda irá para comida para poder tratar con los niños para poder seguir trabajando en muchas actividades ludicas y de educación así que muchas gracias les mandamos un beso enorme ciao also leute nochmal vielen vielen dank ich werde noch weiter mit meine kaffee das geld sammeln keine ahnung irgendwo hier in deutschland und wir sehen uns auf die nächste reise